Untertitelung des ZDF, 2020 Die Menschen bitten dich um Hilfe, weil du sie leisten kannst. Ich stehe vor ihnen als Bettler um Hilfe. Das ist vollkommen recht für Tim. Was wirkt irgendetwas gegen diese Wirklichkeit? Kann ich etwas für dich tun? Eine Kammer, hätte ich gern. Ein Tisch zum Schreiben. Ich glaube an ein freies Europa. Ich glaube daran, dass Grenzen und Pässe eines Tages der Vergangenheit angehören werden. Ich zweifle allerdings, dass wir das noch erleben werden.